Was ist die Vorsorge in Bezug auf die Diagnose oder die Früherkennung des Prostata-Karzinoms? Wir sehen hier in Deutschland etwa 67.000 Neuerkrankungen pro Jahr und etwa 14.000 Männer versterben an diesem Tumor. Die Heilungschancen sind umso besser, je früher dieses Karzinom entdeckt wird. Nichtsdestotrotz geht der Urologe oder der Behandler, der die Vorsorgeuntersuchung durchführt, natürlich nicht unkritisch mit den erhobenen Laborwerten, insbesondere in Bezug auf den PSA-Wert um, sondern wird immer den einzelnen Patienten in seiner einzelnen individuellen Situation beraten, wie er sich zu verhalten hat, wie wir ihn auch am besten behandeln können. Insofern noch einmal unser Appell, nehmen Sie an Vorsorgeuntersuchungen teil und ich glaube, die Zielsetzung dieser Kampagne wird Sie überzeugen mit den Inhalten, dies auch zu tun.